Luise! Hölnchen! Meine Tochter sieht neuerdings immer so müde aus. Streichhölzer, kaufen Sie Streichhölzer, meine Herrschaften. Föhnchen sieht doch nicht müde aus. Ich hatte nur 10 Pfennige. 3 für 25. Antons Mutter ist schwer krank. Das wusste ich nicht. Nun kann sie auch seit Wochen kein Geld verdienen. Wissen Sie, wer Geld verdient? Anton? Braune oder schwarze Schnürsäcke gefällig? Da rufe Sie sofort das Überfallform an. Hallo? Und... Was macht ihr denn so spät hier auf der Straße? Mein Robert geht dich überhaupt nichts an. Und wer, du nennst sie noch einmal Teufel. ... oder? Untertitelung des ZDF, 2020